Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play Dirt 4, weiter mit meiner Möglichkeit Labur. So, weiter geht's, wir gehen... Oh, wo ist man da? Jetzt kommt... Wo ist er? Ab geht's, wieder 5 Strecken. Aber, ja, am Anfang 10, 7, 6, 5, 4. Also es geht diesmal runter. Alles okay. Dann drüber wir mal auf weiter. So. Mission Gun in den USA. Scheiße, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was Reifengeometrie war, was das zu bedeuten hat beim Auto. Miet! So. Weiter geht's. Ich hoffe, dass mir das jetzt mal ein bisschen mehr... ...Claune hier macht, du. Äh, ja, parken. Alles klar. Prüfe nur das Funkgerät. Alles okay. Alles klar. Prüfe nur das Funkgerät. Hab dich auch. Alles klar. Arschloch. Äh, Arschloch. Nichts ab. Eih. Alles klar. 4, 3, 2, 1. Upsala. Links, halt. Über Kuppe. Upsala. Rechts, 3. Und links, 6. 150. Rechts, 3. Lang. Innen halt. 100. Rechts, 5. Links, halt. Über Kuppe. Vielleicht Sprung. Äh, ja. Wie ich diesen Nebel hasse. Links, 4. Durchsenken. Kann man nicht einfach jetzt mal wieder ein bisschen normales Rally fahren? Entweder wir haben jetzt Regen, Schnee. Mann, ich will doch einfach nur ein bisschen fahren. Kann das jetzt mal verschwinden, bitte? Rechts, 4. Ich bin doch in der Linkskurve. Warum sagst du rechts, 4? Jetzt hätte ich aber gleich kranktisch hier. Die Ansagen machen mich läpp. Daher bin ich heute einfach nicht in der Lage, vernünftig zuzuhören. Wo ist links, 3? Wo waren die? Rechts, 6. Links, 5. 60. Rechts, 4. Durchsenken. Mittig halten. Über Kuppe. Links, 5. Ich hab keine Ahnung. Ich hör dem Pisser nicht mehr zu jetzt ohne Scheiß. Rechts, 5. Über Kuppe. Vielleicht Sprung. Links, 4. Durchsenken. 60. Rechts, 5. Nicht schneiden. Rechts, 5. Und rechts, 4. Pfosten, außen. 60. Rechts, 3. Nicht schneiden. In, links, 4. Lang. Überwäldn. Gefahr voraus. Pass auf. Und rechts, 5. 150. Rechts, 4. Lang. Macht zu. Innen halten. Nicht schneiden. Und links, 6. Pfosten, außen. Links, 3. Lang. Innen halten. 100. Rechts, 6. In, links, 4. Lang. Macht auf. Innen halten. Nicht schneiden. 150. Rechts, 5. Über Kuppe. Ich rede jetzt nicht, weil es geht mir gerade so mega auf den Sack, dass der hier ansagt, die mir richtig auf den Piss gehen. Wo ist die scheiß Kreuzung? Sagt das doch nicht so früh, Mann. Wir haben Nebel. Brrrr. Links, 5. 60. Rechts, 4. Durchsenke. Pfosten, innen. Mittig halten. Über Kuppe. Links, 5. Mitte halten. Pfosten. Wann kommt der Pfosten? Wo? Mann, mich regt das auf. Der sagt das viel zu früh im Nebel. In, rechts, 6. Und links, 5. 150. Links, 4. Land. Innen halten. Nicht schneiden. 150. Links, 4. Jetzt müsste er das sagen. Links, 4. Und links, 4. Und nicht dann, wenn man noch Kilometer weit entfernt ist, Leute. Keine Ahnung. Alle, beim Nebel ist es doch wichtiger, so spät wie möglich ist es eigentlich zu sein. Dass ich dann weiß, okay, jetzt muss ich gleich lenken. Scharf, rechts, 6. Jawohl, haben wir. Rechts, 6. In, links, 4. Lang. Mach auf. Innen halten. Nicht schneiden. 200. Rechts, 3. Lang. Innen halten. 100. Und rechts, 6. Und links, 3. 150. Ja, warum sagst du nicht, dass da dieses Scheiß-Schild steht? Rechts, 5. In, links, 6. In, rechts, 4. Übergruppe. In, links, 6. Durchsenke. Rechts, 5. Und links, 6. 150. Rechts, 3. Lang. Innen halten. Runter. Links, 5. Keine Ahnung, Leute. Also ich find's blöd, jetzt die ganze Strecke im Nebel zu fahren. Erst hat man nur Regen, dann im Dunkeln, dann Schnee und jetzt, ja. Kommt, kommt nur noch Nebel. Gerade. Weiß nicht. Rechts, 4. Durchsenke. Pfosten innen. Mittig halten. Übergruppe. Links, 5. Rechts, 5. Links, 5. Gut, ich bin sowieso schon ein Spieler, der Regen, alle Wetterverhältnisse in jedem Spiel hasst. Keine Ahnung warum, aber in jedem Spiel ist es jetzt geil, dass es fünfmal am Tag regnet. Keine Ahnung, das ist arg als Beispiel. Wir spielen ja wirklich ein bisschen mehr arg. Und es regnet ja jeden Tag. Also, keine Ahnung, ich bin so ein Mensch, der das absolut irgendwo nicht mehr mag. Weiß nicht, geht es euch da auch schon so, dass ihr vielleicht, dass ihr da vielleicht auch schon so ein bisschen die Schnauze voll habt von Regen. Das hat jetzt hier nichts mit diesem Spiel zu tun. Also, mal davon abgesehen. Hier gehört das dazu mit Schnee und alles. Aber habt ihr das auch schon, dass ihr einfach absolut die Schnauze davon voll habt? Also, ich muss sagen, ich habe das wirklich schon. Also, bei uns sind es auch schon mehrere Leute, die das eindeutig sagen, dass sie einfach die Schnauze voll haben. Wir haben jetzt schon wieder Nebel. Danach haben wir Sonnenuntergang, so wie es aussieht. Danach haben wir dann wieder mit Wolken und dann haben wir Regen. Also, kein Tag, wo es schön ist. Also, ja. Und so ist das in dem Sinne bei Ark, finde ich auch. Ich spiele dieses Spiel liebend gerne. Gerade die Ragnarok-Map, die neue und so. Aber dieser Scheiß-Regen, Leute. Keine Ahnung. Ich bin da schon so mega von abgetörnt. Keine Ahnung. Muss jeder für sich auch selbst entscheiden. Aber ich mag es halt einfach gar nicht mehr. Wir fluchen zum Beispiel, wenn wir Forza spielen und es regnet. Dann fluche ich. Ja, dann könnte ich kotzen. Erstmal. Dann fluchen zum Beispiel, wenn wir für den Job sind. Vielleicht auch noch ein paar Schritte. Zwei. 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 In links 4 Und rechts 6 Links 6 Und rechts 4 In Welle Und links 6 Nicht schneiden Links 5 Nicht schneiden In rechts 4 Lang über Welle Nicht schneiden Und links 3 Nicht schneiden Links 4 In links 2 Rechts 5 Und rechts 4 Keine Ahnung wie die KI da so schnell fahren kann Dann liegt das an meinem Typen Keine Ahnung Jetzt hat er Geist gesagt Rechts 6 In links 4 Lang Macht auf Innenhalt Nicht schneiden 100 Rechts 3 Nicht schneiden In links 4 Lang über Welle Und rechts 5 60 Und rechts 6 Und links 3 150 Ei 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 Rechts 3 Und links 6 Unter Rechts 4 Lang Macht zu Innenhalten Und links 6 Nicht schneiden 150 Rechts 3 Lang Innenhalten Unter Links 5 Wir haben vielleicht ein Getriebeproblem In rechts 4 Lang über Welle Und links 3 Und links 3 Links 6 60 Rechts 4 Macht zu Überkummer Und links 5 60 Links 3 Lang Innenhalt 200 Rechts 4 Lang Macht zu Kann das sein Jetzt hier Muss viel schneller werden Und links 6 Links 6 Lang In scharf Links 60 Rechts 5 150 Rechts 4 Lang Macht zu Innenhalten Und links 6 Nicht schneiden 80 Links 4 Und rechts 6 Und links 5 Rechts 5 Und rechts 4 Posten außen 60 Links 6 Und links 4 Lang 80 Rechts 5 Links Halten Über Kuppe Vielleicht Sporn Links 4 Durchsenken 60 Rechts 5 Runde 15 Rechts 5 Sehr schön Jetzt sag ja Wenn ich nicht rede Dann klappt das Ne Und links 6 Links 6 Und links 6 Und links 6 Deswegen ich brauche mal wieder Irgendwas durchbauen kann Mittig halten Über Kuppe Links 5 Rechts 3 Nicht schneiden In links 4 Lang über Welle Und rechts 5 60 Rechts 5 Nicht schneiden Rechts halb Über Kuppe 60 Vorsicht Rechts 4 Lende Links 5 60 Rechts 4 Durchsenke Mittig halten Über Kuppe Links 5 Rechts 6 In links 4 Lang Macht auf Innenhalten 250 Bis Ziel Silver Platz 5 Jawoll Da haben wir wenigstens auch so ein bisschen Was gemacht Leute Also ganz schön nicht Perfekt Super Ergebnis Gut gemacht ja dankeschön ziemlich scheiße aber sonst alles gut kaum wenigstens service bereich aber dunkel und teils bewölkt ich möchte einfach mal wieder bei sonne fahren doch man immer dunkeln dunkeln gefällt mir nicht wenn jeder halten was er will von wird einfach gerne mal wieder jetzt hellen fahren ohne regen bis auf schotter oder so und einfach knallen einfach ein dran lang knallen auf der strecke nö Und links 5, 60, in links 6, durchsenke, rechts 5, und links 6, rechts 3, Pfosten innen, in links 4, lang, überwägt, und rechts 5, nicht schneiden, 60, rechts 5, links 5, in offene Kehre, links, 60, links 5. Vorsichtig umgehen, Kevin, mit deinem Auto. Rechts 4, leicht, überwägt, und links 3, nicht schneiden, links 5, 60, rechts 4, durchsenke, mittig halten, überpuppe, links 5, rechts 5, und rechts 4, Pfosten aus, 60, und links 6, ich kann schön gucken, man weiß, wie die Kurve lang geht, man sieht das Ende, alles. Also, man kann hier schön knallen, aber dieser Nebel. Und links 6, rechts 3, rechts schneiden, in links 4, lang, überwägt, und rechts 5, 60, rechts 5, rechts halb, und kumpe, 60, scharf links, 60. Scharf links, hier ist scharf links. Komm, Baby, mach Gas. Rechts 4, lang, macht zu, innen halten, rechts schneiden, und links 6, 150, links 4, rechts innen halten, rechts schneiden, 100, links 6, und rechts 4, in Welle, und links 6, rechts 5, links halb, überpuppe, gleich Spur. Links 4, durchsenke, 60, nicht schneiden, rechts 5, links 5, links 5, 60, rechts 4, durchsenke, mittig halten, und überpuppe, links 5. Siehst du, hier sagt auch mittig halten, und das hat er jetzt schon ein paar Mal gesagt. Rechts 6, überpuppe, 80. Links 5, 60. Hier sind die Angaben wieder perfekt. Pfosten innen, mittig halten, überpuppe, links 5, 100, links 6, 60. Alles super. Perfekt. Ohne Scheiß. Das ist wirklich perfekt, was der jetzt gesagt hat. Alles. Das macht Sinn. Ohne Scheiß. Warum nicht immer so? Warum ist das immer so eine Katastrophe? Manchmal. Entweder ich höre das da nicht richtig. Also ich will gar nicht sagen, dass das am Spiel liegt. Aber das war jetzt perfekt. Halte dich Mitte, Rechtspfosten, abgehend. Alles drin. Alles, was das Herz begehrt. Manchmal bin ich schon etwas verwirrt. Holen. Natürlich jetzt hier mal wieder waschen. Alles inspizieren, bestätigen. Jawohl. Denkt daran, meine Autowäsche ist nicht gratis. Ist nicht gratis. Wenn jemand sagt, ich ziehe da, dann hast du nicht zugehört in der letzten Folge. Ich kriege eine feuchte Hose bei solchen Geräuschen. Rechts drei, Pfosten, innen. Rechts drei, Pfosten, innen. Und rechts fünf, nicht schneiden, 60. Rechts sechs. In links vier, lang, macht auf, innen halten, nicht schneiden, 130. Rechts vier, lang, nicht schneiden. Und rechts sechs, nicht schneiden, 80. Rechts sechs. In links vier, lang, macht auf, innen halten, 250. Rechts vier, lang, innen halten, nicht schneiden, 150. Jetzt einfach mal versuchen, hier richtig einen dran lang zu reißen. Aber so richtig, Leute. Was kaputt ist, ist dann kaputt. Nicht schneiden, links vier, in links zwei. Oh, in links zwei. Da war ein Zuschauer. Rechts fünf, und rechts vier, 16. Einmal so richtig mottig gehen. So ein bisschen übertreiben, vielleicht einmal wieder. Rechts sechs. In links vier, lang, macht auf, innen halten, nicht schneiden, 250. Rechts vier, lang, innen halten, nicht schneiden, 60. Rechts fünf, links halten, über Kuppel, in einem Sprung, links vier, durch senken, 60. Und das gehen wieder voll drauf. Rechts fünf, rechts vier, durch senken, mittig halten, über Kuppel, links fünf, rechts sechs. In links vier, lang, macht auf, innen halten, 130, rechts vier, lang, nicht schneiden. Und rechts sechs, nicht schneiden, 80. Rechts fünf, links halten, über Kuppel, in einem Sprung, links vier, durch senken, 60. Nicht schneiden, rechts fünf. Links drei, lang, innen halten, runter. Links fünf, 60. Ich habe dann nicht gesagt, dass sie sich verhängt. Aber gut. Mittig halten, über Kuppel, links fünf, 130, um eine Haarlade, rechts, rechts schneiden, in rechts fünf. Komm, Baby, komm. Links fünf, 80, links sechs, 60. Rechts vier, macht zu, über Kuppel, und links fünf, 100, links vier. Und rechts sechs, und links fünf. Links fünf, 60, rechts vier, durch senken, mittig halten, über Kuppel, links fünf, links fünf. Nicht schneiden, in rechts vier, lang, überwählen, nicht schneiden, und links drei, nicht schneiden, rechts drei, Pfosten innen, in links vier, lang, überwählen, und rechts fünf, nicht schneiden, 60. Rechts fünf, links halben, über Kuppel, vielleicht Sprung, links vier, durch senken, 60. Rechts fünf, und rechts sechs, und links drei, 150. Bis Ziel. So, Leute. Langsam zum Marsch. Ich würde mal sagen, da haben wir mal gerade richtig, ja, eine Zeit in den Asphalt geballert, aber so richtig. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Äh, unschlagbar. Weiter. Letzte. Hatten wir eigentlich diesmal Service, Service. Naja. Letzte Strecke, 4,32 Kilometer, 45 Meter Höhenunterschied. Leichter Schotter, auch wieder heftiger Regen diesmal, aber dadurch hat man nicht unbedingt viel weniger Sicht, also zumindest hat man das bis jetzt noch nicht, als ich viel weniger Sicht hatte. Zwei Minuten vierzehn ist die Zeit, also das geht richtig gleich ab. Vier, drei, zwei, eins, los. Kuppel, 180. Rechts sechs, und links fünf, 40, durch senken. Rechts sechs, über Kuppel, rechts steil, 60. Links vier, über Kuppel, in rechts sechs, und links fünf, 150. Kennt er noch? Rechts drei. Ja. Und links sechs, und links sechs, und links sechs, in links vier, lang. Macht auf, innen halten, 100, links fünf. In rechts vier, lang, übermelden. Und links drei, 100, rechts vier, lang. Macht zu, innen halten. Und links sechs, rechts schneiden. Rechts drei, nicht schneiden. In links vier, lang, übermelden. Und rechts fünf, 60. Links vier. Ich gehe jetzt ein bisschen mehr vom Gas gehen. Rechts drei. So, jawohl. Und links sechs, 60. Rechts vier, lang, rechts schneiden. Und rechts sechs, rechts schneiden. Und rechts sechs. Und links drei, 200. Bei drei muss man schon ein bisschen anbremsen. Bei vier oder so kann man wirklich noch vom Gas gehen. Jetzt einmal hier ein bisschen vom Gas gehen. Wieder drauf. Das ist alles super. Jetzt habe ich da auch, glaube ich, nicht großartig gebremst. Und wenn, dann nur ganz kurz angetippt. Ich habe gedacht, hier rechts drei kommt schon gar nicht mehr. Manchmal, ja, jetzt schon wieder so ein Beispiel. Das sind doch keine Dreierkurven. Naja, okay. Aber ich fand, da waren jetzt nicht unbedingt wieder Dreierkurven mit bei, Leute. Perfekt, super Ergebnis. Gut gemacht. Ein Gefühl. Im Mindest. Oh, gut. Was soll's. Haben wir die Meisterschaft auch beendet. Und in meinen Augen super gut. Ein bisschen mit meckern. Ich weiß. Aber. Alles gut. Sehr schön. Dann mal level ab. Jawohl. 30 schon. Superstar. Ausgezeichnete Arbeit. Mit dieser Lizenz darfst du an der weltweiten Rallye-Meisterschaft teilnehmen. Dankeschön. Meisterschaftsrückblick. Sollten wir auch einen ersten haben. Jawohl. Mit 75 Punkten. Eindeutig. Platz 1. Ja. Dann. Ne, 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 ne. Da musst du auch noch. Gruppe A Rallye. Ja. Aber da müssen wir dann erstmal ein bisschen kaufen. Und dies. Und gehen jetzt, Leute. Einmal gerade die E-Mails gucken. Einmal checken hier. Okay. 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 Ich bin der Sponsor. Ich habe alles in Ordnung. Gut. Wir sagen damit vielen, vielen Dank. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.